Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Donkey Kong 64. Heute starte ich mal im Startmenü und wir zeigen, wie weit wir eigentlich sind. Wir haben mittlerweile 25% 52 Bananen in knapp 7 Stunden. Die meiste Zeit war ich auch dann von AFK, wenn wir unsere 27 folgen. Sollen wir mal 12, 13, 14 Minuten machen, dann sind das nicht immer so lange wie viele Stunden. Aber das ist halt so, ist halt ein bisschen AFKZ. Dann bin ich noch am Rennen und dann gucke ich halt noch ein bisschen nebenbei. Und wir hatten beim letzten Mal den, ja den, hier den Pufferfisch, wie heißt er denn, Kugelfischbesicht. Und, ähm, wir hatten jetzt, äh, irgendwo hier so ein Fass freischalten können, ne? Aber wo ist das? Auf irgendeiner Insel, da. Da ist es, glaube ich. Da scheint mir das recht, äh, passend zu sein dafür. Schauen wir mal. Ich glaube, die können nämlich vertan haben. Ne, da ist ein Baum, okay. Okay, da ist eine Fee. Komische Fee. Ich hole mal eben nochmal Piny. Ist ja da vorne um die Ecke, da fotografiere ich noch eben schnell die... Oder kann ich das auch mit Donkey Kong? Warte mal, das war... Boah, ich... Das ist schon lange her. So ist Kanone. Okay. Ich muss ja die Fee tief aufladen. Okay, wir können es auch machen. Gehen wir nochmal schnell rüber, machen wir es mit Donkey Kong. Also, oben Musik, links Waffe. Und unten... Kamera. Haben wir sie doch. Ja gut. Das Bild natürlich wieder nicht zu sehen. Aber sie füllt uns Gott sei Dank alles auf und gibt uns, glaube ich, bloß eine oder so. Und bei Bananen... Oh, da war schon 100. Ich hoffe, wir haben mit 50 oder 60, 70 gestartet. Das war schon ganz geil. So, jetzt, ähm, beim letzten Mal hatten wir ja, wie gesagt, so ein komisches Fass reingeschaltet, was ich jetzt suche. Schauen hier. Aua. Und unser... Uns fehlt immer noch der... Dritte Donkey. Da habe ich was gefunden. Ah, guck mal, da haben wir noch ein Pad. Und was hatten wir... Bongus hatten wir da. Yeah. Da haben wir eine Ananas. Okay. Da ist auf jeden Fall das Fass, wo wir hin müssen. Okay. Da sind wir ja, sind wir einmal gleich rum. Aber... Da vorne ist das Ding und wir haben oben noch... Ähm... Noch irgendwie ein Level oder so. Aber ich wollte jetzt mal hoch erst... Und mir das hier anschauen. Wow. Das ist wieder so ein geiles Ding hier. Weil ich brauche immer noch den letzten Donkey. Entweder hier... Oder im... Ein Level, was noch auf der Insel da war, ist... Ich muss ja mal schauen. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Was ist das für ein Level erwartet? Oh, ein... Ein Rummelrad. 50 Bananen. Das klingt gut. Ich hab... Ich hab... Ich hab sogar 52. Ich hab... Ich hab sogar 52. Das ist irgendwie... Okay, dann nehmen wir uns mal eben kurz... Die Federn. App. Ich hab... Ich hab... Ja... Ich hab... über uns das war nix nein 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 noch zwei versuche da ist die kleine wunschfee da hinten bleibt es auf jeden fall für einen kurzen moment stehen ich kann sie da abfangen oder auch nicht die verwirrt mich fünf sekunden stehen bleiben nix kurz ne das bild muss eher genau passend sein nein war dabei zu langsam oder die kleine jetzt auch zu schnell die ist auch schnell sonst stehen die meister immer so für paar sekunden rum das wäre meine chance gewesen die 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 ja wir haben sie eigentlich glaubt das spiel ist dass ich das nicht mehr schaffe noch mal plus eins hier war was oder wie komisch ich dachte hier wäre noch mehr gewesen das ist ja gar nichts anscheinend ich dachte hier kommt mehr naja das scheint auch noch vielleicht was zu sein kann ich aber auch nicht sagen die die 3 lenken haben wir doch schon Ach ja, das ist ja sozusagen wie ein Fernsehen oder so. Oh, Fungi-Faul ist... Lila Bananen, ich sehe sie schon. Und ich höre Bienen! Schauen wir uns erst mal das ganze Gebiet an hier. Grasen erstmal... Ah, guck mal hier. Oh nein! Ich glaube, das ist ein Gegnerlevel für Tiny. Erstmal alles erledigen müssen. So. Zack. Ich glaube, mit der hatten wir noch nicht, ne? Wir hatten im ersten Level Donkey Kong. Im zweiten Level hatten wir Didi. Im dritten hatten wir Lanky. Tiny fehlt jetzt eigentlich. Ah. Und unser Ananas-Mann fehlt. Den ich vermute, in dem anderen Level erst zu kriegen. Können wir dennoch mal rumschauen? Soll die Früchte bestimmt vergraben auf dem Boden sein? Soll ich das mit der Kamera ein bisschen noch immer anlassen? Ah, erstmal hier die 1 Blau. 2. 2. Da ist was für mich. Da ist Didi. Okay, wir wissen auf jeden Fall, dass wir ein paar vertreten sind. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen rum. Kann noch sein, dass wir erst in ein anderes Level müssen. Okay, vielleicht kommen wir da rein später. Da ist noch ein Tor. Das sind so komische Hüpfpilze. Ist ja egal. Wir können erst mal hier durchgehen. Und erst mal das abchecken. Was hier so Sache ist. Was bloß? Ein Pilz. Oh, ein Pilz. Mann. Was ich jetzt nicht gedacht hätte. Ah, hier ist ein Wechsel. Okay. Da oben haben wir Plumps. Achja, da wollte ich wieder drauf springen, aber das ist so ein Pilz, Mann. Wir sind im Bereich der Pilze hier. Was soll wieder auffüllen? Was ist noch so? Pilz, Mann. Diesmal falle ich auf den Trick nicht rein. Oh, da haben wir Quanky. Lass mal hier anklopfen, hier. Na klar. Ist das jetzt wieder für alle Kongs? Nee. Oh, da ist der Effekt jetzt größer. Ne, das habe ich jetzt auch nicht so im Verdacht. Mal schauen mal eben hier unten. Blaubananen. Ah. Moment. Zwei Stampfer. Ist das bei den anderen wohl als auch möglich? Ich würde mit Donkey doch wohl anfangen wollen. Jetzt frage ich mich. Ne, dann vermute ich mal, dass wir mit allen hin müssen. Schauen wir mal die rote Bananen. Ne, das waren nur Dinger. Okay, wir haben schon mal die drei für den Mittelpunkt. Da geben wir gleich rein, wenn wir... Mal schauen, ob jetzt alle hin sollen. Schauen wir mal auf die Uhr. Oh, nicht. Ich fühle mich schon wieder das hier. Ah. Jetzt gehen wir noch ein Schemme Donkey Gucken an, dann sehe ich schon wieder auf die Folge. Die ist fast schon wieder zünder. Ne, das hat gereicht mit einem. Okay. Dann mache ich einen Cut und wir sehen uns gleich wieder.